Hallo, wir begrüßen Sie im Stadion, Frank Puschmann und Manny Bräugmann. Wir hoffen, dass wir spannende Fußballunterhaltung für Sie bereit haben. Die erste Begegnung der Saison für diese Konkurrenten und sicherlich nicht die letzte. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss und auf Wiedersehen, Ihr Manny Bräugmann. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.